Hallo, herzlich willkommen bei uns den Hölleriegels. Das sind wir. Bei uns gibt es jetzt endlich mal ein bisschen was Neues. Wir wollen uns weiterentwickeln und wir hätten euch gerne mal was Neues angeboten, nämlich Online-Tanzkurse über Patreon. Genau, weil über Zoom wollen wir das Ganze nicht veranstalten, weil jeder zur selben Uhrzeit jede Woche immer dabei sein muss und viele können das nicht, wie Schichtarbeiter oder Leute, die im Krankenhaus arbeiten müssen. Und daher wollen wir solchen Leuten auf jeden Fall, die ständig arbeiten müssen, entgegenkommen, weil wir wollen ja, dass jeder Spaß haben kann beim Tanzen. Und deshalb haben wir für euch Pakete geschnürt. Das erste Paket ist natürlich für all diejenigen, die keine Ahnung vom Tanzen haben und erst mal anfangen wollen, nämlich dieses Einsteiger-Paket. Darüber hinaus geht es natürlich auch weiter mit anderen schönen Kursen und Paketen bis hinauf zum Platin-Kurs. Und dann solltet ihr plötzlich wieder Zeit haben oder überhaupt Zeit haben, mal bei uns vorbeizuschauen und uns persönlich zu erleben, dann könnt ihr, sobald ihr zwei Monate lang ein Paket genommen habt oder gekauft habt, dann könnt ihr kostenlos bei uns einen Kurs machen. Lasst euch einfach mal überraschen. Mit Sicherheit ist das ganz was Tolles. Und ihr könnt auch zu Hause mit uns zusammen natürlich üben. Dann, auf ein Wiedersehen. Toll, dass ihr eingeschaltet habt und lasst euch überraschen. Eine schöne Zeit bei uns den Hörigen. Yes. Bis zum nächsten Mal.